Auf dem Dach. Hab ich ihn? Kannst du die Tür da aufmachen? Okay, dann komm da weg. Willst du werfen die? Boah. Oh, der hat mich fett gehittet. Einer kommt hinten rum. Okay. 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 Die andere ist Auto, ne? 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 Oh nein, was ist das? Dann sind wir verhärenden voll. Da ist das vor allem für die Waffe. Dann ist dann erst mal Blutungssimonie. WTF? Eine Springfield kurze damit! Eine kurze Springfield! Mit Blutungsmoney! Dann machst du auch keinen Kill in 100 Jahren, oder? Aber noch ein anderes Team war noch... Ah ja, einer war drei. Kack ab! Also Stufe 3. Ein Team wogegen wir nicht gekämpft haben, war beide Stufe 4. Die anderen waren alle 5.